Ihr seid ja Vogelwild, aber du warst ja schon immer so ein verrücktes Huhn. Vor allem, was für Riesenhaufen sind das bitte. Ja, ne? Also, die mögen zwar Syphilis haben, aber kacken können sie. Geh doch da drunter! Was ist dein Problem? Geh doch da durch, du Idiot! Was ist denn dein scheiß Problem? Ihr seid ja Vogelwild.